Vielleicht werde ich mal King Frost einfach mal gegen eine andere Person austauschen. Was kann die denn so? Auch mit Wind? Ah ja. Warum nicht? Warum denn nicht? So, hier müssen wir da lang. Ich könnte fast darauf wetten, dass keine Jungfrau Maria auftaucht, wenn wir jetzt die ganze Wege entlang latschen. Wenn ich nicht aufnehmen würde, dann kommt sie garantiert. Hier vielleicht mal? Wieder keine Jungfrau, ich seh's doch. Shuffle time. Ist das in der Mitte Mjöln hier, oder? Was? Zijai. Ah ja. Hallo, Zijai. Ist Temporal. Okay. Das Windige in Mitama frei. Weil frei ist vielleicht nicht so das richtige Ausdruck. Das sind ja keine Pokémon. Komm schon. Raus mit dir. Und was kann diese Person da jetzt? Nein, ich equippe mich wieder. Mache Elektro. Na ja. Na ja. Na ja. So, und dann der Box. Ringstrap. Was bringt der? Möglicherweise... Möglicherweise... Möglicherweise vielleicht sogar mehr Windschaden. Agilität wird um zwei erhöht. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt anlegen. Das war noch der Windschaden etwas lieber. Muss man da raus. Und den Weg entlang. Gut. Aber erst einmal... Die 77 müssen erst einmal ausreichen. Komm hier. Sei jung, Frau Maria. Bitte. Ich will hier nur noch raus. Nur zwei Magier. Ätzend. Komm schon, ey. Warum ist das jetzt so schwierig, die auszutreiben oder zu finden? Du bist es. Bitte. Sei es. Was ist das nicht? Wieder mal Shuffle-Time? Wo ist bitte Jungfrau Maria? Wo ist sie nur? Wir haben ja hier noch was. Bist du es? Ich hoffe echt nur noch drauf, dass ich die finde. Nein. Auch nicht. Okay. Okay, das ist gerade wieder nur noch elf SP. Okay. Was ist immer da? Jaxini. Empress. Tschö, Zenri. Tschö, Zenri. Die habe ich gesagt. Oh Gott. Oh Gott. Noch ein Arcana? Okay. Glück und Glas. Vielleicht bricht das. Toll. unsere AP wurde auf eins gesenkt. Die mich ja sowas erfreut. Also, Heilung. Das hat ja auch schon was gefrostet hier. Bei diesen drei Dingen Arcade werde ich nichts mehr machen. Aber wer weiß, was dieses Uprice gebracht hätte. Muss man nachforschen, was die Einzelteile so überhaupt wären. Das hat ja auch schon geblieben. Na komm, schlagen wir doch mal drauf. Zack. Die Fans da unja, ist mir grad nicht so gut. Attack up, naja. Sehr lustig. Mal los. Was ist das kleine Viech? Ach nein, nicht so Memory spielen. Wo ist das andere? Schade. Ah, Anzug ist Level Up. Leveled, natürlich. Oh Mann, wo ist denn die Jungfrau? Erstmal die Kiste. Ich bin direkt geschlagen, nicht schlecht. Und jetzt krasst du, keine Jungfrau Maria dabei. Rangshake. Naja. Natürlich, das ist ein guter Start. Feuer. Die Stenzen erhöht. Gut. Probierst du trotzdem mal aus, wie du das machen kannst, mit dem Angriff. Nicht schlecht, Kanji. Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Das ist special, ne? Nicht übel. Jetzt müssen wir dann da runter. Wo zum Teufel ist dieser Gegner? Ich finde auch nur diese bescheuertes Furchtifix-Ding. Oh, na. Das wird doch eine lange, lange Suche. Bitte? Hat der August den Angriff zurückgeschmissen? Unverschämtheit-Schreck und unverschämtheit-Sondergleichen. Klar, kennen wir win this. Wir werden es auch winnen. Nochmal, Lukiko. Kabo-eine-Halle. Das war's für, mein Name. Level up. Schön, schön. Wunderschön. Wo zum Teufel ist Jungfrau Maria? Heute in Human Place muss doch die Sauna sein. Oder nicht? Das muss sie doch sein. Da geht's noch keiner aus. Okay. Na, was haben wir da hinten noch? So? Ah ja, was Selteneres. Was hier nur so eine Hand wäre? Natürlich. Alle sind sehr humble. So rare sind die gar nicht mal mehr. Tocht auf genug auf. Ah, 19. Das geht okay. Wieder 3000 Ehen für uns. Und Shuffle Time. Ne, danke. Diesmal nicht. Nicht. Den Drogenschüssel nehme ich natürlich mit. Ablehnen können wir, glaube ich, gar nicht. Was haben wir hier? Soul Drop. Hübsch. Bis jetzt hier raus. Nächste rechts. Und dann den Gang folgen und rechts runter. Ich finde es aber wirklich ein bisschen doof, dass wir nicht finden, was wir suchen. Dieser starke Schatten, den haben wir gequält. Ist klar, aber... Ich will Jungfrau Maria umbringen. Ich will Jungfrau Maria umbringen. Beatfrau Maria einschistet. Hör toll zusammen auf der Peim drauf. So viel witziger. also wir werden das ding mal nicht mehr finden glaube ich diese jungen frau maria ich gebe mir jetzt noch so zehn minuten zeit um das zu schaffen wenn nicht verlassen wir halt die sauna dann suche ich privat danach ganz privat suche ich dann ey was kannst du mit der platte verfehlen da ist sie, ja kommt vor jetzt aber kanji sehr schön so will ich das sehen jack frost ist das ja habe ich nicht schon ich habe king frost magician arcana habe ich momentan gar keine star ja